Ich habe auch ein paar Fertigkeitspunkte. So, ich bin ready. Oh, nicht noch eine Festung. Ich bin nicht wissen, wie viele Soldaten da auf uns warten. Als dass diesmal müssen wir wieder zusammen rumlaufen oder was? Du weißt was. Du weißt, was bei mir passiert ist. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Warum fängt es immer mit so wenig Munition an? Halleluja. Hey, da war einfach noch ein zweiter Weg. Da stand einfach nicht durch. Sperrgebiet. Okay, ich kann... Ich sehe da noch einen. Ich glaube, den hast du schon markiert, nach da hinten? Was ist das da vorne? Bei der Scheibe der Klinze leuchtet manchmal was. Du könnt ihn wegsnipen, wenn du willst. Mal erstmal gucken. Okay, ich könnte ihn von der Entfernung doch wegschließen. Dann bleibe ich hier, falls er schafft, willst du dich sehen, ne? Da unten sind auch noch mal... Alter, da unten! Eins. Da ist auch noch einer. Auf dem Strand ist ja volle Action. Da ist ein Motorrad. Da ist auch noch einer. Ja... Ja... Das ist scheiß Motorrad. Da sind Flugzeuge. Hä? Bist du schon auf dem Weg? Mach mal Fernklasse. Ist glaube ich einfacher, oder? Du kannst... Wo bist du denn? Du bist... Du willst auf die Brücke? Achtung! Halt! Halt! Da kommt ein LKW. Oh Gott, wie viele Alarmanlagen wollen denn die Skys sind? Da oben ist auch noch mal Alarmanlage. Ich markiere dir erstmal ein paar Soldaten, ne? Alarmanlage! In einem roten Haus da vorne muss safe ein Scharfschütze sein, aber den kann ich leider nicht sehen. Da ist ein zwei Scharfsch... Ich weiß nicht, wie lange er seinen Scharfschützgewehr so halten kann, aber ich glaube langsam tut es weh. Warte kurz. Warte kurz. Oh Mann! Ey, man muss sich daran echt gewöhnen. Bei diesen zwei, Achtung. Diese Flugzeuge machen mir mehr Angst. Die beiden wollen dich. Okay, ich kann hier niemanden töten. Hab... Hab jemand. Er ist durchs Ohr geschossen und er ist gestorben. Ein Ohrschuss bringt also Menschen um. Wusstest du das? Wusstest du das? Alter, hier muss man ja extrem vorsichtig auf den einen sein. Deutsche Infanterie, was? Okay, sicher. Ich lass einfach die Leichen liegen. Ist mir scheißegal. Ich nimm den Bolzen schnell. Ich hab das ja nicht wegen dem Motorrad. Das fährt ja hier so schnell lang. So schnell bin ich ja nicht. Das hat sogar ein MG. Wie man muss sogar mit der... Ich glaub wir müssen sogar lavot sein ab dem Motorrad. Aber jetzt macht der eine Rundfahrt da hinten gerade. Das heißt... Jetzt was Zeit haben wir. Ich geh mal unter der Brücke lang, ne? Gucken wir können beide töten. Du sitzt auf dem Motorradfahrer und ich seh auf dem mit dem MG. Ich komm mal hoch. Ich kann da unten nicht weiter. Da unten ist ein scheiß Motorrad. Du weißt nicht, wo ich nachher hoch komm. Du weißt es nicht. Ich bin oben. Ich bin auf der Brücke. Ich bin aber auf der Brücke. Ich schon. Soll ich das versuchen? Ich hab ihn. Aber nur einer, hä? Nur einer hat's gehört. Und da ist der zweite schon. Kann man sich eigentlich auch ins Haus-Auto legen? Wie bei den letzten Sniper-Liter? Hier liegt eine schallgedämpfte MP40. Nimm ich mit. Wie viel hast du gekippt? Hauptsache, ich hab einen genommen gebracht, ne? Ein Schapsschützen. Ist es ein Schapsschütze da oben? Oder so ein normaler Infanterist? Ich hab einen Schapsschützen. Und jetzt noch ein Schapsschwestmanie. Ich kann hier vorne aus Japanasen gehen. Das war die Schapsschützen. Ich hab einen B-40. Ich geh mal nach unten hin. Und dann klebe ich noch ein Schapsschützen. Wie kann das sein, dass sie das nicht gehört haben? Irgendwie sie die nie tragen, ne? Besser geht nicht. Ja, alles safe noch. Wollen wir hier unten weiter? Hab mal, ich guck mal kurz. Hab's. Hab ich nicht getroffen. Oder hab ich die Wand abgeschossen? Wie kann das aber sein, dass die anderen das nicht hören? Guck mal, die sind vom Motorrad gestiegen. Moritz, Achtung, Achtung. Willst du ihn leicht zu töten? Ne, Moritz rennt erstmal. Alter, man hört dieses Blutspritzen. Über uns, heavy kann der das so über uns gehört haben. Oh, jetzt ist alles sauber. Plötzlich ist alles sauber. Das ist wie farf schon, hier ist ein Motorrad. Aber auf die hast du gesniped. Ähm, McDonalds ist da. Ich lenke ihn da runter, dann töte ich ihn. Falls er mal in die Richtung kommt. Was demnächst, was ein Soldat machen kann, ist ohne Himm rumlaufen, ne? Hey, der hat einen Kopfschuss überlebt. Kann man einen Kopfschuss überleben? Okay, ist wieder alles safe. Ich schlaufe weiter auf der Brücke rum, ne? Das wird laut, ne? Du musst, du musst ihn einen auf der Brücke töten. Wie zum Fick? Treff ich nicht. Okay, hab ich ihn getroffen? Alter. Wie weit kommt so eine scheiß Sniper? Hat dich jemand gehört? Jemand anderes macht Alarm. Ich hab mich schon mal versteckt. Versteck dich erstmal. Ich müsste eigentlich rein theoretisch hinter mir achten, ne? Müssten die eigentlich von der Brücke rein in die Seite kommen? Ich stemme die Brücke, ne? Ich treffe ihn nicht. Alter. Was ist das für eine Kack-Sniper? Ich komme davon, wenn man keine Muni hat. Wo muss man... Warum müssen die bei mir immer auf einziehen? Hab ich. Ist eigentlich auch die Kill-Zinn bei mir zu sehen? Wieso krieg ich denn deine immer? Das war gerade von der Sniper. Ach du Scheiße, die Bomber sind hier. Brücke-Server. Kannst du dich selbst rein? Aua. Achtung, ich schmeiß mal Granaten runter. Ach du Scheiße. Kann sein. Ich hab den MG-Schützen ausgeschaltet. Dieser Hohen... Hohenbock. Mein Güter. Alarmanlage ausgeschaltet. Kannst vorrücken, Boris. Ich glaub, die konzentrieren sich hier gerade nur auf die Brücke, ne? Kommen die alle auf die Brücke? Okay, du kannst weiter rücken, ne? Alter. Das sind schon wieder welche beim MGE. Du musst sie bei dem MG töten, ne? Ja, bei der linken Seite ist es ein scheiß MGE. Das ist noch schlimmer. Kümmern uns südlich um links und ich kümmere mich um rechts. Da ist noch jemand auf der Brücke. Tot. Ich muss mir ein bisschen Rücken der Gungi gegeben. Auf der Brücke. Die kommen alle auf die Brücke gelaufen. Das hast du gesehen, ne? Ich brauche mal hier oben drauf. Hilfe. Ich bin nicht zwischbespült. Alter, wer schießt hier mit einer Panzerfaust? Alter. Oh fuck. Achtung. MG auf deine Position gerichtet. Durchs Auge. Alter, wir kommen ganz schön gut voran. Achtung, Scharschütze-Ziel. Alter. Ab den Scharschützen. Ach, da bist du heimorös. Wie geht's da unten voran? Hast du ein paar Probleme? Es geht schon wieder jemand anderes zum G. Ab den Scharschützen. Gebet. da kommt noch zwei dazu die geräufe achtung ich werde ihn nicht durchsuchen wenn er noch warum sagt jemand ist bist du tot sucht deine leiche heute was war das denn alter wieder noch ein zweiter stand unten ich hatte ich hatte motorrad war ausgeschaltet da war auf einmal wieder motorrad ich komme runter amortrag nein komm auf die brücke wenn es geht oder guck einfach mal auf den boden nach einer mine hinweg geschossen vorrücken ja den sich leider nicht aber wir müssen langsam vorrücken smg so nächster tot ich habe sogar das sind die flugzeuge die auf uns schießen können kann er sein man kann man nicht die munition von der waffe nehmen doch kann man wenn man die in der hand hat dann musst du völlig drücken 83 schuss ja da ist noch ein schaftschutz achtung bei dem tor wenn die wenn die zu zum tor koks heißt licht weil ich mich gerade heilen musste ich blute oh gott noch ein verband habe ich aber ich nutze es auch mal kurz ich tue mal nicht so als wenn die mission immer schwer soll wollen wir uns nicht erst mal verstecken dass es sich wieder beruhigt wird war noch ein schaftschutz da vorne da hat mich gerade gesehen und ich habe keine medizin mehr ich bin tot ich bin tot liegt am medizin was ist hier los ich muss meine kanale noch tausend ich bin tot nein ich bin tot nein nein ich bin tot kein Dann kriegt man viel ab.